Noch eine Frage. Ja, fragen Sie ruhig. Das hier ist kein Beschiss, oder? Spaghetti oder Pommes? Spaghetti mit Ketchup. Puffgänger. Normal. Hast du diese Woche deine Mutter schon angerufen? Ich will den Vodka-Joker. Äh, das waren keine fünf Lücken. Na klar waren das fünf. Da war Spucke mit dabei. Geht doch. Da hast du schon mal einen Kumpel beschissen. Vodka-Joker. Zum Vodka-Joker. Zum Vodka-Joker. Sie glauben, Sie verdienen zu wenig, um sich eine Immobilie zu kaufen? Eins, zwei. Zweitausend. Dreitausend vierhundert. Achttausend. Da liegen Sie falsch. Auf diesem Planeten kann ich alles besorgen. Es ist ein Preis, der so gering ist, dass wenn du es weiterverkaufst, wir schweinreich werden können. Verstehst du? Alle Menschen haben was gemeinsam. Sie sind gierig. Ihr werdet die besten Immobilienmakler in ganz Deutschland. Seit wann hält sie eigentlich die Reden? Du meintest, du willst nicht und ich bin schon zu breit. Wir kaufen euch. Wenn ich mitsink, dir ist es gefeuert. Oh, du fröhliche. Der war schon immer so. Noch eine Frage. Ja, fragen Sie euch. Das hier ist kein Beschiss, oder? Nein, das hier ist kein Beschiss. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020